Zwei Generationen, drei Handwerker und 110 Jahre Berufserfahrung. Herzlich willkommen in der Polstereiwerkstatt Susanne Ringler in Bochum-Linden. Spezialisiert auf den Neubezug und die Aufarbeitung Reparaturen gebrauchter Polstermöbel bieten wir eine qualitativ hochwertige Alternative zum Neukauf. Ihre modernen Marken- und Designer-Polstermöbel sind bei uns in ebenso guten Händen wie Omas Schätzchen und Antiquitäten. Wir freuen uns auf Sie!